Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal Digitech.ch und zwar mit dem Cativa Advanced Gaming i74955 Core i7 RTX 4060 Ti für 1.129 Schweizer Franken. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIPCDKDeals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal usw. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von der GRU bei uns im Video-Vorschläge-Kanal und da schauen wir uns jetzt mal an. Kleiner Tipp am Rande, wir haben auf unserem Discord auch ein Ticketsystem, also ihr könnt hier ein Ticket ziehen unter Config Anfrage, dann öffnet sich ein neues Fenster und dort werden Fragen gestellt. Diese Fragen dann hier im Chat einfach beantworten, am besten auch der Reihe nach von 1 bis 9 und dann können wir euch eine schöne Liste fertig machen. Wir können das auch noch anfragen, dass das fertig gebaut zu euch nach Hause kommt mit einem kleinen Aufpreis. Von daher schaut einfach mal vorbei. Kommen wir jetzt aber erstmal zu diesem System. Wie gesagt, irgendwie eine Schweizer Seite. Digitech.ch ist von Galaxus quasi der Schweizer Ableger. Das Bild hier ist fake. Ist halt einfach so. Das Mainboard stimmt nicht. Hier ist auch keine Wasserkühlung verbaut. Das passt hinten und vorne nicht. Gebt da bitte nichts drauf. Der Hersteller ist in dem Fall Captiva, Kategorie PC, das ist klar. Verkaufsrang in Kategorie PC 73 von 22.655. Das heißt, das Ding wird wohl gerne gekauft. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute deswegen enttäuscht waren. Kriegen das Teil nach Hause und es sieht halt nicht so aus wie auf dem Bild. Betriebssystem ist nicht mit dabei. Der Prozessor ist ein Intel Core i7 11. Generation und zwar der 11700F. Der hat acht Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4-3200 MTS. Das ist noch eine ältere Generation. Also wenn ihr auf dem Sockel, das ist ja Sockel 1200, irgendwie was noch erweitern wollt, indem ihr da einen 12.000er oder 13.000er oder gar einen 14.000er draufschmeißt, dann funktioniert das einfach nicht. Ich hatte ja in dem vorherigen Video schon gesagt, ja in einer Preisrange, sag ich mal von 800 Euro oder was, kann man ruhig noch zum Beispiel auf AM4 gehen anstatt AM5. Hier in dieser Preisrange, ja, kann man auch noch irgendwo machen. Der Prozessor ist nicht schlecht, klare Sache. Aber ein Prozessor aus der aktuellen Generation, der 13.500er zum Beispiel, ist leistungstechnisch besser als der hier und kostet noch weniger als der hier. Also ich wäre da tatsächlich schon auf dem aktuellen Sockel gegangen. Dann könnt ihr halt hinterher auch noch besser erweitern, was die Prozessoren angeht. Trotzdem reicht der natürlich aus zum Streamen und so weiter. Das ist völlig okay, kann man so machen, ist halt nicht das Aktuellste. Und der kostet 269 Euro bei ProShop.de. Die Prozessorkühlung ist luftgekühlt, ein LC120. Wenn wir da genauer schauen, ist es der LC Power Cosmocool LC-CC120. Der reicht für diesen Prozessor tatsächlich aus, aber ist eben keine Wasserkühlung. Ihr habt dann so einen Lüfter da drin, beziehungsweise auch einen Kühler und das sieht dann definitiv nicht so aus wie auf dem Bild. Qualitativ ist das auch nichts Besonderes. Das ist ein 20 Euro Kühler. Er war immer noch besser, als einen Boxkühler zu nehmen. Vorausgesetzt natürlich, ihr betreibt diesen Prozessor in der Spezifikation von 65 Watt. Und der Kühler kostet 20,81 Euro bei MineFactory. Der Arbeitsspeicher, also totale Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 RAM, 2400 MTS. Ja, zur Erinnerung, der unterstützt 3200 MTS. Und wir sagen schon immer, so 3600 wäre halt nice. Kostet nicht viel mehr Aufpreis, bringt aber ein bisschen mehr Performance. Ihr bekommt halt 2400er. Und glaubt mir, das merkt ihr. Selbst wenn ihr jetzt nur 3200er nehmen würdet, den Unterschied zwischen 2,4 und 3,2 merkt ihr definitiv. Mal ganz davon ab, im DDR4-Bereich jetzt noch auf 16 GB zu gehen, ist auch Quatsch, weil DDR4 übelst günstig geworden ist. Da hätte man auch 32 GB nehmen können. Ob es jetzt genau der Aegis wird, kann ich euch gar nicht sagen. Kann auch irgendwie so ein No-Name-Ding sein mit schwarzer Platine oder vielleicht sogar grüner Platine. Ich weiß es nicht. Wir nehmen jetzt den Aegis, der wird halt gerne genommen vom Systemintegrator, aber es ist halt wirklich kein guter RAM. Und der kostet 33,27 Euro bei MineFactory. Die SSD ist eine M.2 SSD mit 1000 GB. Dann nehmen wir wieder dieses Mittelding, was auch gerne Systemintegratoren nehmen. Ich mache die Videos ja schon eine Weile, deswegen weiß ich, was da so reinwandert. Wir nehmen die Kingston NV2. Ein Terabyte ist natürlich erstmal okay. Die Lese- und Schreibrate auch, wobei wir uns hier natürlich nicht festlegen können, weil da nichts beisteht. Und die kostet 58,38 Euro bei MineFactory. Das Mainboard-Eigenschaften-Chipsatz H510M. Da wissen wir schon, das ist nichts Dolles. Wenn wir uns dann noch die Anschlüsse auf der Rückseite angucken, PS2-Combo, RJ45, USB 2.0 haben wir zweimal und USB 3.0 haben wir viermal. Dann kommt es halt gut hin, dass es das Asus Prime H510M-KR 2.0 ist. Denn hier haben wir halt auch zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0, RJ45, den Combo-Stecker und halt Mikrofon, Kopfhörer, Online-Inanschluss und die Onboard-Grafik-Dinger. Benutzt die sowieso nicht, lasst es sein. Es ist sogar noch VGA. Man sieht, wie alt oder für was das Board gedacht ist, weil das ist ein Büro-Board. Mal ganz davon ab, haben wir hier keine gekühlten Spannungswanderer. Deswegen betreibt den Prozessor bitte in seiner Spezifikation von 65 Watt, dann passiert auch nichts. Fangt ihr da jetzt an rumzuspielen im BIOS, gibt es da mit Sicherheit Probleme. Hier können zwei RAM-Riegel eingebaut werden, hier kann eine SSD verbaut werden, also der Slot ist belegt, weil die Kingston NV2 dann da sitzt oder irgendeine andere SSD. Und hier kommt die Grafikkarte rein und mit Pech könnt ihr diesen Slot hier auch nicht mehr nutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Es ist so ein richtig ekelhaftes... ich will es gar nicht sagen. Es gehört nicht in einen Gaming-PC, das möchte ich damit sagen. Macht bitte einen großen Bogen um dieses Board. Egal, wie günstig dieser PC sein soll, wenn ihr euch irgendwie eine Gaming-Kiste zusammenschustert. Lasst diese Boards weg. Ah ja, und fragt mich nicht, warum hier H510M steht und hier H470. Ich verlasse mich jetzt mal auf den Titel. Und das kostet 68,65 Euro bei Snowguard über eBay. Die Grafikkarte ist eine RTX 4060 Ti als 8 GB Modell. Grafikleistung Oberklasse. Völliger Bullshit. Eine 4060 Ti in dem Preisbereich. Ja, kann man drüber reden. 8 GB Variante. Ja, Full HD von mir aus. WQHD wird dann schon ein bisschen enger. 4K könnt ihr sowieso vergessen. Also ihr könnt natürlich 4K damit spielen, nur es wird keine Freude machen. Ihr müsst die Grafikdetails runterdrehen, dann mit DLSS arbeiten und so weiter. Deswegen guckt euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 379 Euro beim Einfactory. Netzwerk ist klar. Portgeschwindigkeit liegt jetzt am Mainboard. Kabellose Übertragung WLAN, also WiFi 6. Das schauen wir jetzt mal kurz. Da das Board das nämlich nicht mitbringt, nehmen wir jetzt einfach einen USB-Stick. Weil einen M.2 Steckplatz für so ein Kärtchen hättet ihr sowieso nicht auf dem Board. Ihr habt natürlich den kleinen PCI-Express-Anschluss. Kann sein, dass ihr da eine WLAN-Karte nehmen. Wir nehmen einfach den USB-Stick. Kostet das gleiche wie so eine interne Karte. Und der kostet 12,39 Euro bei Amazon. Das Gehäuse ist ein P120 Crystal. PC-Formfaktor. Tower. Klar. Das ist dann dieses hier von Amtec. Das bringt allen Anschein nach auch noch keine Lüfter mit. Die haben wir aber extra mit reingepackt. Steht auch in der Beschreibung so drin. Ja, was soll ich zu dem Gehäuse sagen? Ist ein Glaskasten, wo das Netzteil oben eingebaut wird. Das ist eigentlich ziemlich untypisch. An der Seite kommt natürlich Frischluft rein. Denn genauso kann hinten die Luft wieder raus. Ob ich es mir jetzt kaufen würde, weiß ich nicht. Gerade für diesen Preis. Aber das ist auch eine Designfrage. Ich denke, vom Airflow her geht es einigermaßen. Und das kostet 113,56 Euro bei Mine Factory. Und bevor ich die Lüfter jetzt vergesse, wir haben hier PC-Gehäuse-Lüfter Intertech Argus RGB Fan Set RS04 und dann noch zweimal PC-Gehäuse-Lüfter Intertech Argus RGB Fan RS041 Ersatzlüfter. Das wären dann einmal diese hier. Das ist so ein Dreierpack. Das könnt ihr dann mit einer Fernbedienung steuern. Das kostet 27,98 Euro bei Mine Factory. Und dann haben wir hier noch diese einzelnen. Die haben wir auch zweimal im Warenkorb. Intertech Argus RS041 RGB 120 mm. Und der kostet 7,98 Euro bei Mine Factory. Das Netzteil ist ein 450 Watt Netzteil. Da wir nicht genau wissen, was es wird, nehmen wir jetzt das FSP Hyper 80 Plus Pro 450 Watt. Ja, ist irgend so ein No-Name Netzteil wahrscheinlich bei denen da drin. Reicht für das System tatsächlich aus? Kommt ihr später auf die Idee, den Prozessor zu upgraden, was ich tunlichst vermeiden würde bei dem Mainboard oder die Grafikkarte, ja, dann reicht diese Wattzahl nicht mehr aus. Ich wollte es nur dabei gesagt haben, klar, für das System reicht es jetzt, aber was genau drin ist, naja. Und das kostet 40,43 Euro bei Hardware Shad. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den WLAN-Stick, die Lüfter, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1039,43 Euro. Und das System kostet 5129 Schweizer Franken. Man kann circa Schweizer Franken und Euro 1 zu 1 nehmen. Also der Aufpreis ist auf jeden Fall okay. Dass das System nicht so aussehen wird wie auf dem Bild hier, darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Es ist das letzte Drecksboard, es ist der letzte Drecksram, der Prozessor ist auch älter. Das einzige Aktuelle in diesem PC ist einfach die Grafikkarte. Das ist pure Resteverwertung. Es wurde beim letzten Video schon gesagt, uh, das ist aber teilweise Resterampe mit einem Ryzen 5600 und halt irgendwie eine 6750 XT. Aber das hier, das ist Resterampe. Würde ich auch für den Preis eigentlich nicht mehr kaufen. Wie gesagt, der Aufpreis ist in Ordnung. Für Schweizer Verhältnisse wahrscheinlich sogar sehr günstig, weil das ist ja sowieso ein bisschen teurer in der Schweiz. Das wissen ja die Schweizer Zuschauer auf jeden Fall. Aber trotzdem, es gibt halt bessere Systeme für das Geld. Ich habe jetzt nur mal kurz reingeguckt bei Dubaro. Ich habe dazu auch keine Liste gemacht. Ich will es euch nochmal zeigen. Hier gibt es einen 13400F, kann man circa gleichsetzen mit dem Prozessor, den wir eben gesehen haben. Ist aber deutlich aktueller. Aktuellerer Sockel und so weiter. Auch eine 4060 Ti, 16GB RAM DDR4, auch eine 1TB, das ist eine Kingston NV2 und ein B760M. Das heißt, ihr habt da schon auf jeden Fall den aktuelleren Sockel. Das Board ist auch nicht cool. Brauchen wir mal nicht drüber reden. Aber ihr seid aktueller dran. Genauso ist hier ein 750 Watt MSI Mac drin. Das ist wirklich ein gutes Netzteil, auch aktuell. Ein Corsair 3000D Airflow, gut ist jetzt Geschmackssache. Auch ein normaler Luftkühler und so. Aber hier wird halt auch nur mit dem Gehäuse geworben. Und das Ding hier ist günstiger als das Angebot von Digitech. Und halt aktueller. Müsst ihr euch dann überlegen. Diese 1000 Euro Marke ist sowieso im Moment schwierig. Geht mal auf AM4 oder AM5, nimmt man einen älteren Intel Prozessor, nimmt man einen aktuelleren und so weiter. Deswegen, aber das Digitech-Angebot, das ist nix. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst noch ein bisschen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.